Moins und Freunde der Sonne, willkommen zu einer neuen Folge von diesem wunderschönen Podcast, in dem wir Menschen einladen, die mit Simracing bzw. Rennsport zu tun haben. Heute haben wir einen fantastischen Menschen hier, mit dem ich im letzten Jahr, nee im letzten halben Jahr, ziemlich viel zusammen gemacht habe und das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich mir gedacht habe, Mensch, mit dem könntest du ja eigentlich auch mal einen Schnack außerhalb dieser Tätigkeit führen. Und zwar Chris Racing TV. Moin Chris. Moin Nils. Ja, wir hatten sehr schöne Stunden, würde ich sagen, während der VOM. Fand ich sehr, sehr schön. So zusammen machen, wenn man es noch nie gemacht hat, zusammen ist immer was Besonderes. Ist auch nicht immer einfach, aber zwischen uns oder mit uns beiden hat das sehr, sehr gut funktioniert. Also da bin ich auch sicher, dass wir heute ja auch weitere interessante Themen besprechen können. Auch so ein bisschen außerhalb, wie du schon sagst, des Kommentierens sozusagen. Heute haben wir ja die Zeit, heute müssen wir nicht auf Autos gucken. Heute können wir uns ja aufeinander konzentrieren. Ist auch schön, oder nicht? Tatsächlich, wir können uns ganz tief in die Augen gucken, Chris, und alles erzählen. Aber es wird wahrscheinlich den einen oder anderen da draußen geben, Chris, der dich noch nicht kennt. Vielleicht magst du dich kurz mal so in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sätzen mal vorstellen, dass die Leute wissen, wer du bist. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin der Chris. Ich bin kein E-Sportler oder so, wie man das vielleicht denkt, so aus dem Sim-Racing-Bereich, sondern Kommentator tatsächlich. Ja, wird ja nicht nur gefahren, wird ja auch hier und da übertragen. Da braucht man ja auch mal einen, der das streamt und der das kommentiert. Und das mache ich bei Lofil Motorsport, eine Plattform, die vor allem im ACC im deutschsprachigen, aber auch internationalen Bereich tätig ist. In erster Linie bin ich auch insgesamt verantwortlich für das ganze Broadcasten. Inzwischen auch ein bisschen Videobearbeitung und so weiter, was dazu gehört. Aber Kernkompetenz ist das Kommentieren von ACC-Rennen. Meistens gucken, was wir da noch so haben. Aber in erster Linie, ja, ist es das, was ich da mache. Und das Ganze seit, ich weiß es nicht ganz genau, zwei Jahren, glaube ich, bei LFM. Davor habe ich auch schon mal so ein Jahr kommentiert außerhalb von LFM. Also mache das gar nicht so lange, aber scheint nicht so schlecht zu sein. Denn die meisten finden es ganz gut. Ist immer ein bisschen Geschmackssache. Aber das ist, was ich ja in erster Linie mache. Fahren auch hin und wieder, aber habe ich leider nicht mehr ganz so viel Zeit für. Deswegen ist es tatsächlich das, was ich am meisten im Sim-Racing-Bereich aktuell mache. Das heißt, du kennst alle Namen und die Geschichten zu ihnen? Ja, kommt drauf an. Oder viele? Viele, ja. Also ich kenne natürlich nicht alle, die im Racing-Fahren. Aber die im ACC-Bereich doch sehr weit oben mitfahren, sage ich mal. In den oberen Prozents, die sieht man ja öfter. Sie fahren auch sehr oft zusammen in entsprechenden Serien, logischerweise. Da kennt man die Namen durchaus. Geschichten ist immer so eine Sache. Manche sind da ein bisschen offener. Da kriegt man eher immer so Informationen. Erzähl mal selber was, wenn sie selber streamen oder so zum Beispiel. Da kann man natürlich auch ganz gut sehen, wer das so ist. Aber es gibt ja auch welche, die gar nicht streamen oder die auch so nicht medial jetzt vertreten sind. Das ist natürlich schwieriger. Hat man jetzt auch nicht mal wirklich ein Gesicht unbedingt von den Fahrern. Was ein bisschen schade ist, weil auch so für einen Broadcast ist es natürlich schön, wenn man auch weiß, wer das da so ist. So von einem Typ allein. Ist das ein 14-Jähriger oder so? Oder ist das ein 70-Jähriger, der gerade in seiner Rente ein neues Hobby entdeckt hat oder so weiter? Da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal ran, aber kannst natürlich auch keinen zwingen dazu. Natürlich möchte auch nicht jeder. Aber so von den Namen her, ATC-Bereich vor allem, sage ich mal. In anderen sind es jetzt eher weniger. Da kennt man natürlich viele, was ganz gut ist, auch zum Kommentieren. Weil, ja, hast du in anderen Rennen, in anderen Serien schon gesehen, die Fahrer. Die haben untereinander schon irgendwelche Zweigämpfe gehabt, in Championships irgendwie miteinander gefightet und so weiter. Da kann man natürlich noch ein bisschen was erzählen. Aber so persönlich habe ich jetzt noch die wenigsten tatsächlich getroffen. Wo du das gerade gesagt hast mit Erzählen, manchmal kommst du gar nicht dazu, irgendwie außerhalb des Renngeschehens was zu sagen, weil so viel passiert, oder? Ja, das kommt drauf an. Also Sprintserien, alles was bis ein, zwei Stunden geht. Wie gesagt, wenn wir halt sehr dichte Fahrerfelder haben, muss nicht immer so sein. Da hast du natürlich viel, viel mit dem Rennen an sich zu tun. Da kommst du auch nicht groß dazu, irgendwas zu erzählen. Da hast du dann eher so die Endurance-Rennen. Alles so, ich weiß nicht, vier, sechs Stunden, dann beruhigt sich es auch mal ein bisschen. Dann kann man vielleicht auch mal was nebenbei erzählen, wenn man denn, ja, was weiß oder, ja, der Chat irgendwas noch erzählen kann. Die wissen auch ganz viel, die gucken ja dann auch ganz, ganz viele Streams gleichzeitig. Und dann kann man, oder erzählen die auch gerne mal, was da gerade so los ist. Aber ansonsten, ja, kommt's aufs Rennen an, ob man da Zeit hat oder nicht, ob die Information überhaupt vorliegt und so weiter. Aber, ja, kommt aufs Rennen an, wie gesagt. Hast du, wie hast du dich denn dazu entschlossen, da reinzurutschen? Hast du einfach gesagt, ich bin so scheiße im Fahren, ich mach jetzt einfach den Kommentator oder was war das für eine Nummer? Könnte man meinen, aber ich kann's gar nicht genau sagen. Also ich habe vor drei, vier Jahren, glaube ich, ja, habe ich zum Racing, ich kann ja mal erzählen, wie ich zum Racing gekommen bin. Ja, bitte. Ja, also ganz früher als Kind habe ich immer schon Rennspiele gespielt, so weiter. Und sofort Grand Prix 2, Grand Prix 4, wer das vielleicht noch kennt, ist schon ein bisschen her, schon fast 25 Jahre. Dann irgendwann habe ich R-Faktor gespielt, Mitte 2000er war das. Dann hatte ich eine kleine Pause sozusagen, da habe ich irgendwie mit Simracing nichts mehr zu tun gehabt. Und dann irgendwann, ja, weiß ich gar nicht, war es tatsächlich erst wieder ACC? Könnte sein. Also gar nicht so lange her, seit ich erst wieder im Simracing dabei bin. bin gefahren und irgendwann, und ich weiß es nicht warum, habe ich meine eigenen Rennen, die ich gefahren bin, in der ACC, ja, zusammengeschnitten ein bisschen, nachkommentiert und bei YouTube hochgeladen. So hat das eigentlich so irgendwie die Anfänge genommen, um überhaupt irgendwie zu kommentieren. Ich frage mich nicht, warum ich das gemacht habe, da hatte ich einfach Lust zu. Und ja, habe ich dann, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahre gemacht. Sehr, sehr viel sogar, ich glaube, irgendwie 200 Videos sind es am Ende geworden. Wow. Ja, und dann habe ich irgendwann eine Idee gehabt, da bin ich bei einer Liga mitgefahren und dachte, könnt ihr auch mal live kommentieren. Ich mache das immer so für mich, für mein Rennen. Vielleicht die Liga ja Bock, dass ich es so kommentiere. Habe ich das mal gemacht. War jetzt nicht sonderlich gut, wie man sich vorstellen kann. Auch die ersten Videos waren alle kacke. Die ersten 200. Ja, so nach dem Motto. Echt? Ja, am Anfang. Nein. Nein, nicht ganz. Also die ersten 30, 40. Ja. Das war eine ganz interessante Entwicklung, weil wenn man sowas nie gemacht hat, irgendwas nachkommentieren oder überhaupt Videos zu machen. Ich habe super langweilig geredet, so. Keine Ahnung. Weil man ja selber nicht so mitbekommt, wie man denn wirklich wirkt beim Reden. Das muss man auch erst mal lernen. Aber da hat man gemerkt, oh, das wirkt ja jetzt nicht so enthusiastisch, was ich da mache. War sehr, sehr langweilig am Anfang. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Und dann habe ich es in die umgekehrte Sache gedreht. Dann habe ich komplett übertrieben. So richtig gedrückte Stimme und unendlich Dramatik rein. Das ist so unnatürlich, wenn man sich das jetzt anguckt und anhört. Manche fanden es gut, aber das ist super peinlich. Ich hatte auch nach einer halben Stunde Halsschmerzen. Also da weißt du schon, da hast du was falsch gemacht. Also irgendwann musste man so ein bisschen den Mittelweg finden. Ja, und dann habe ich irgendwann da live gemacht einmal. Das war dann auch nicht so gut. Da muss man erst mal reinfinden und so weiter. Live ist also immer was anderes, als wenn du ein Video hast, wo du das tausendmal nochmal wieder neu machen kannst und so weiter. Und dann, ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, bei der SEC habe ich dann das erste Mal so oft Fitch gemacht. Das war so eine Liga, die ist inzwischen nicht mehr so aktiv relativ große Andrew-Liga in der ACC gewesen. Die hatten, glaube ich, zwei Splits mit 40 Teams. Da habe ich dann die ersten Live-Kommentare gemacht auf Twitch. Und dann, ja, weiß ich nicht, da kamen relativ viele Anfragen. Ich habe, ich weiß nicht, locker 25, 30 Communities irgendwo mal kommentiert, entweder eine ganze Season oder mal einzelne Rennen. Also ich habe da teilweise, bevor ich wirklich bei LFM war, da fünf, sechs Tage oder Abende die Woche irgendwelche Ligen kommentiert. Also schon ordentlich, ordentlich an Stunden da aufgebaut zu sagen und auch an Erfahrung. Hat sehr gut getan. Und dann, was vielleicht auch ganz interessant ist, wie ich dann zu LFM gekommen bin. Das war gar nicht geplant, wie das meiste bei LFM. Tatsächlich hat sich einfach ergeben. Und zwar habe ich ja mit Andi Pedale, kennt man ja vielleicht auch, der kommentiert ja auch. Der hat auch bei der SEC damals, ja, mit mir zum Teil auch kommentiert. Und der hatte dann, ja, bei LFM auch angefangen sozusagen. Den habe ich im LFM-Stream gesehen, neben Zappi. Und da habe ich nur auf Spaß im Chat geschrieben. Oh, jetzt nimmt er mir hier meinen Kommentatorenkollegen weg, den Andi. Und ja, da hat Zappi mich gleich kontaktiert und ist mit mir ins Gespräch gegangen. Weil ich wusste ja nicht, dass die da tatsächlich Kommentatoren suchen. Weil Zappi ja der Einzige war bei LFM, der da wirklich kommentiert hat. Der hat das Ganze ja auch wirklich mit aufgebaut und so weiter. Ja, und dann habe ich bei LFM angefangen. Eins, zwei, drei, vier Streams mit Zappi gemacht. Auch da war ich bei weitem noch nicht so wie jetzt vielleicht. Auch, ja, ein bisschen, wie sagt man, schüchterner, zurückhaltender, wie das halt so ist. Ist mal ein bisschen aufgeregt und so weiter. Und dann nach und nach, ja, hat man da alleine gemacht. Da haben wir noch auf unserem persönlichen Kanal gestreamt. LFM-Kanal gibt es ja erst seit, ja, gut einem Jahr jetzt. Und ja, so hat es sich entwickelt. Ich habe immer mehr gestreamt. Viel LFM, aber auch viele Ligen noch. Inzwischen mache ich, glaube ich, noch eine Liga fest. Außerhalb von LFM, weil LFM halt immer mehr wird. Und wie gesagt, ich bin da ja auch verantwortlich für gewisse Dinge. Also auch abseits des Streams habe ich da noch ein paar Sachen zu tun. Deswegen ist das ein bisschen, ja, zeitlich schwierig, jetzt noch so viele Ligen zu machen. Und daher, ja, bin ich jetzt bei LFM seit, ich glaube, zwei Jahren im Team. Oder ein Jahr im Team, zwei Jahre so gestreamt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja ein Jahr nur so gestreamt quasi für LFM. Und er ist seit, ja, gar nicht so langer Zeit wirklich im Team selber mit dabei. Aber so, ja, ist das gelaufen, was das Kommentieren angeht. Und das Fahren entsprechend ein bisschen weniger. Hier und da fahre ich mal ein, zwei Rennen vielleicht. Ja, gucken wir mal, wann es zeitlich vielleicht wieder passt. Was ich auch ein bisschen öfter fahre. Aber ich gucke mehr, glaube ich, als ich fahre. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt an Kommentatorenstunden habe. Muss irgendwas Vierstelliges, glaube ich, inzwischen schon sein. Wenn ich so ACC und Steam mal nachschaue, was da an Stunden steht. Zumindest die letzten Jahre oder ein, zwei, drei Jahre. Ist es sehr viel Kommentieren, wenig Fahren. Ich wollte gerade sagen, du musst ja schon sehr viel Praxiserfahrung gesammelt haben jetzt. Ja, würde ich sagen. Aber man kann immer noch dazulernen. Gibt immer noch genügend Dinge, die ich gern besser machen würde. Es sind aber meistens Dinge, die man sehr, sehr unterbewusst macht während des Streams. Die fallen einem nicht auf. Beziehungsweise, die fallen einem vielleicht auf, aber man kriegt das gerade nicht so abgestellt. Irgendwie Füllwörter oder irgendwelche Floskeln, die man immer wieder benutzt. Und man sich denkt, ach Gott, das habe ich jetzt schon fünfmal so erzählt. Das muss doch auch mal ein bisschen anders klingen. Vielleicht für den Zuschauer. Ich weiß nicht, wie es für den Zuschauer ist. Die sehen das immer ein bisschen anders vielleicht nochmal, als man selber. Eigenwahrnehmung. Ist nochmal was anderes als die Fremdwahrnehmung. Aber da hat man zwar eine gewisse Routine, sage ich mal, was ACC angeht. Da hat man auch den Vorurteil mit ACC. Davor hast du auch eine sehr, sehr gute Software, die dir auch viel einfach oder was abnimmt oder was einfach macht. Kameras hin und her schalten sowieso, aber auch viel an Daten. Auch für den Zuschauer im Overlay sehr viel farblich hinterlegt. Wenn du einen Positionswechsel hast, wenn eine Elbe Flagge ist, dann kriegst du das wenigstens auch mit. In anderen Sims, da gibt es entweder gar keine Software zum Broadcasten wirklich. Oder die ist halt so, dass du zwar mal hin und her schalten kannst, kriegst ein paar Zeiten. Aber wenn du nicht gerade im Bild hast, was interessant ist, dann kriegst du das woanders auf der Strecke nicht mit. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil in ACC. Und ja, das muss man natürlich auch erstmal gehandelt bekommen, weil wir ja nicht nur kommentieren. Wir machen ja auch sozusagen die Regie. Meistens selber klicken ja selber hin und her und so weiter. Bist du immer viel am Rotieren. Das kriegt man jetzt nicht unbedingt als Zuschauer mit. Aber wie gesagt, da hat man eine Routine irgendwann entwickelt. Versucht natürlich immer, sich da nochmal zu verbessern, sich weiterzuentwickeln. Macht man ja immer so. Also man sollte sich nicht auf dem ausruhen, was man hat, sage ich mal. Weil wenn man weiß, dass man noch was hat, worum man arbeiten kann. Aber ja, Erfahrung ist durchaus vorhanden, ja. Was sind denn das jetzt für Sachen, wo du sagst, boah, nee, Chris geht ja gar nicht. Ja, das ist eben schon so erwähnt, so Füllwörter zum Beispiel. Ich merke da, ich sage ganz oft ja. Oder das heißt ganz oft, manchen Streams mache ich das. Weil ich gerade mal kurz überlege. Weil ich bin immer sehr, sehr viel am Rotieren im Kopf. Man glaubt es nicht. Aber du siehst was, kommentierst das, guckst gleichzeitig schon mal rüber. Wo kann ich gleich hingehen? Was ist da? Und dann, äh, dritter Stelle ist noch gelbe Flagge. Und dann musst du gleichzeitig auch noch irgendwie einen halbwegs solchen Satz rausbringen. Deswegen kommen dann natürlich solche Füllwörter zum Beispiel. Oder, ja, ich weiß nicht. Meinmal das Gefühl, ich bin ein bisschen zugehetzt vielleicht, weil ich Angst habe, wenn ich mal zehn Sekunden nichts sage, dass die Zuschauer abhauen. Was völliger Quatsch ist natürlich. Aber ich habe immer das Eindruck, dass ich reden muss, damit die Leute auch, äh, ja, schön zugucken wollen, dass das interessant ist. Denn ein, ja, Rennen ohne Kommentar, wenn man das mal so anguckt, ist deutlich langweiliger als mit Kommentar. Meistens jedenfalls. Bringt nochmal ordentlich Stimmung oder Atmosphäre mit rein, würde ich mal behaupten. Ähm, also da bin ich noch so ein bisschen am Gucken. Ist, wie gesagt, nicht einfach. Und ja, ein bisschen mehr Variation vielleicht in den Sätzen, die man sagt, dass man nicht immer sagt, hier, ach, da geht er vorbei, da holt er sich B2. Äh, aber, ja, man hat halt so einen Wortschatz und Formulierung, die man halt so drin hat. Das ist halt sehr, sehr schwer rauszukriegen. Ich weiß auch nicht, wiefern das den Zuschauer auffällt oder stört. Aber ich persönlich, ja, habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen, wo ich dran arbeiten möchte. Du redest wie ein Wasserfall, wenn du castest. Es ist, es ist wirklich, du redest wie ein Wasserfall. Ich denke, also als wir das zusammen gemacht haben, habe ich mir gedacht, okay, Chris, du weißt, ich bin auch da, ja, du musst nicht so viel. Also, in der Theorie könnten wir uns das auch teilen, so. Irgendwo habe ich mir gesagt, ach, Chris, komm, mach einfach. Das ist ja, ist ja quasi deins. Ja, ich mache meistens alleine, deswegen ist das zwangsläufig so. Ja, ja, klar. Zu zweit nicht so häufig. Aber ich weiß nicht, wenn das so anfängt, Rennstart oder so, da ist so viel los. Ich bin da so drin, ich rede, rede, rede. Und dann fällt mir das auch manchmal schwer, dann aufzuhören. Aber, ja, ich bemühe mich auch da, wenn man mal wieder zu zweit macht, dass man da auch dem anderen ein bisschen, ja, Luft lässt. Ist auch immer die Frage, mit wem man zusammen macht. Bei manchen, ja, muss man ein bisschen hin und her oder nachstechen, dass er auch was sagt, sozusagen. Andere, die können da von sich aus sehr reden, das ist so ein bisschen einfacher. Aber gut, da muss man entsprechend auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Wollte ich gerade sagen. Mehr reden ist fast besser als zu wenig, würde ich mal behaupten. Das stimmt. Das stimmt, ja. Also es hat im Chat noch keiner gesagt, jetzt sei mal leise. Mir wird höchstens gesagt, trink mal was oder so. Sei mal leise in einem gecasteten Stream. Ja, weiß ich nicht, nee. Nee, dass ich mal was trinken soll, wird mal gern gesagt, das vergesse ich wirklich. Manchmal gucke ich so auf die Uhr, nur noch zehn Minuten renne und ich merke so, oh, meine Flasche ist immer noch zu. Aber gut, dann kann der Durst nicht so groß sein, sage ich mal. Ja, wollte ich gerade sagen, man ist halt so im Tunnel drin irgendwann, dass du das gar nicht mitkriegst, weil das Rennen packt dich ja selber auch dadurch, dass du es noch kommentierst. Ja, absolut. Ja, mir macht das riesen Spaß. Also das ist auch nicht geschauspielert. Also ich bin dann, also wenn da Action ist, dann bin ich da voll mit drin. Also vor allem LFM Pro Series oder so, sagen wir mal Serien, die vielleicht auch einen gewissen Prestige noch haben, wo die Zuschauer, die da auch daran interessiert sind, wer gewinnt denn die Meisterschaft. Es gibt ja auch Rennen, wo das Rennen für sich so steht, sage ich mal, Special Events, aber so Pro Seals da interessieren die Fahrer und die Zuschauer jeweils auch, wer in der Gesamtwertung vorne steht. Und wenn es dann so spannend ist und die auf der Strecke da um die letzten Punkte kämpfen, also das finde ich auch wirklich sehr spannend. Von daher, ja, bin ich da auch wirklich drin. Das ist nicht so, dass ich da nur sitze und das irgendwie machen muss. Ich mache das wirklich sehr gerne. Ich komme Mitte da, wie man so schön heutzutage sagt, auch wirklich mit dem Rennen da. Und ja, das finde ich sehr schön, wenn man was machen kann, was einem Spaß macht. Das stimmt, ja. Machst du das mittlerweile Fulltime oder ist... Nee, Fulltime nicht. Fulltime nicht. Eher so Nebenjobs mäßig. Also Geld kriege ich schon dafür, aber von Leben kann ich jetzt nicht. Ja, ja. Aber, ja. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht, sage ich mal. Also ich hätte auf jeden Fall Bock, das zu machen. Wie gesagt, ist ja nicht nur kommentieren. Bisschen für die Pro Seals zum Beispiel mache ich auch noch die Zusammenfassungen bei YouTube, die Videos. YouTube habe ich auf jeden Fall noch ein, zwei Ideen, die man noch mehr machen kann. Da würde auf jeden Fall auch einiges an Zeit reingehen. Ich weiß ja selber, wie die Überarbeitung... Ja, du frisst schon mal ein paar Stunden, also bin ich auch schon mal gut mit beschäftigt. Und dann, ja, ist organisatorisch noch drumherum. Ja, für das Broadcasting an sich, Overlays und so weiter, muss ja auch mal erstellt werden. Irgendwann mache ich jetzt nicht selber. Da haben wir Vorlagen oder wir gucken auch gerade, dass wir da nochmal Leute kriegen, die einem da was erstellen können. Wir haben noch einen englischen Broadcast. Da sind ja auch, boah, sieben oder acht englische Broadcaster haben wir an sich so im Pool. Die müssen natürlich für größere Events, wo wir auch wirklich englischen Cast mit haben, auch erst mal organisiert werden, sind Pläne sozusagen, Broadcastingpläne erstellt werden. Wenn du einen neuen Broadcaster hast, musst du den erst mal einarbeiten. Ja, wie läuft das bei uns? Wo kriegst du die Daten her? Die ganzen Overlays, wie richtest du das ein? Ja, wie machen wir das, damit das halbwegs einheitlich ist? Das ist nicht bei jedem Caster jetzt exakt gleich, aber so grob, sage ich mal. Darum muss man sich natürlich auch kümmern. Oder wenn wir irgendwelche Events, Ideen haben oder zukünftige Sachen, dann sitze ich natürlich auch mit dabei, damit ja auch das Broadcasting mit involviert ist sozusagen, was man da noch besser machen kann. Ich habe ja schon die Kameras angesprochen, wie wir von den Fahrern vielleicht mal bekommen können. Hin und wieder hatten wir welche. Ich habe zwei, drei Wochen mal probiert, mal die Fahrer, vor allem die Streamer so ein bisschen anzutickern. Aber wie das so ist, die denken dann auch nicht unbedingt dran, weil es sind sie halt nicht gewohnt bei der SO, das ist glaube ich Pflicht. Aber da geht es auch ein bisschen um Geld noch, um mehr. Da ist man dann eher gewillt, das zu machen. Ja, das wäre auf jeden Fall zum Beispiel noch was. Also von daher ist es nicht nur einfach so Hobby nebenbei. Also ich bin da schon, nicht jeden Tag, aber doch an vielen Tagen schon ein paar Stunden irgendwie mit LFM-Sachen, sage ich mal, beschäftigt, auch wenn ich gerade nicht streame. Aber das ist okay, macht mir Spaß. Von daher fühlt sich das auch nicht wie irgendwie Großarbeit an. Wie ist denn so generell für dich aktuell der Eindruck vom E-Sports? Also du kommentierst ja wirklich sehr viel, du siehst viel. Hat sich da viel getan die letzten Jahre? Würde ich schon sagen, habe ich so den Eindruck. Doch, also gibt ja durchaus Teams, die auch schon sehr professionell sind, sage ich mal. Da gibt es ja auch Fahrer, die das durchaus fast Vollzeit machen oder sogar Vollzeit, je nachdem. Auf jeden Fall geht es auch schon um Verträge und so weiter. Aber da geht es auf jeden Fall in eine Richtung, wo es hier und da professioneller wird. Bei LFM versuchen wir das Ganze natürlich auch noch, ja, wie sagt man, seriöser zu machen. Also für die Außenwelt, sage ich mal, nicht nur für die Bubble selber, sondern auch ein bisschen außerhalb der Bubble vielleicht Simracing nochmal zu präsentieren. Ich glaube, es gibt viele, die gar nicht wissen, dass es das gibt und die könnte es vielleicht interessieren. Also da ist man auch am Arbeiten dran, dass man, sage ich mal, auch ernst genommen wird, wie man so schön sagt. Weil für viele ist es ein Computerspiel, ist es am Ende irgendwie auch, aber es soll ja auch realitätsnaher E-Sport sein. Und Simracing ist ja der Realität vom E-Sport, von der Simulation her doch relativ nah am realen Vorbild. Das hast du ja sonst nirgendwo, würde ich mal behaupten. Von daher, ja, denke ich, sind wir da auf dem Weg, dass es vielleicht noch ein bisschen professioneller wird, vielleicht ein bisschen ernster, ob das gut ist oder schlecht ist. Das ist immer die Frage, wie man so da, ja, fragt, sage ich mal. Es gibt ja auch genügend, die einfach nur ein bisschen Simracing wollen. Die interessiert das vielleicht nicht so. Aber es gibt, ja, durchaus auch im E-Sports immer mehr, die da auch einsteigen wollen, die es professioneller machen wollen, die auch gerne um Geld fahren, um Preise fahren natürlich, die sich vielleicht präsentieren wollen. Da bin ich mal sehr gespannt, ja, ob wir da hinkommen, dass das, ja, noch besser und größer wird, aus meiner Sicht zumindest. Und wie würdest du das jetzt aus der Zuschauersicht einschätzen? Also hast du da auch mal so mitbekommen, wie die Leute das über die Jahre wahrnehmen? Ja, es ist schwierig. Also rein von den Zuschauerzahlen wurde es mehr, bei uns zumindest. Ich glaube, Rockcasting technisch im deutschen ACC-Bereich auf jeden Fall die meisten Zuschauer werden, ja, auch nicht weniger, würde ich mal sagen. Und ja, immer eine Frage, wie man es präsentiert. Also wenn man das, sag ich mal, relativ, wenn ich mal professionell präsentiert oder so, wie es auch im Realen Motorsport präsentiert wird in den Streams, glaube ich, da wird das auch ernst genommen. Ich glaube, bei VEM 1 hatten wir ja auch mal die Startseite, da hatten wir ja auch sehr, sehr viele neue Leute mit dabei. Und da gab es ja auch wirklich Leute, die gesagt haben, huch, das ist ja ein Spiel, gar nicht echt. Sah so aus, weil das einfach so wirkte von der Aufmachung, glaube ich, einfach. Ja. Und daher denke ich aus Zuschauersicht, ja, könnte das noch mehr werden. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass das noch mehr wird. Also gerade jetzt, wenn man mal VEM anguckt, da durfte ich ja noch selber auch teilnehmen. Das ist schon sehr, sehr professionell, was da gemacht wird. Also es ist ja schon quasi, um es nett auszudrücken, eine Kopie des realen Rennsports. Ja, aber mit auch vielen Vorteilen. Also du hast keine Logistik, du kannst heute aufs Bar fahren oder heute Mittag aufs Bar fahren, nachher kannst du in Bathurst fahren mit den gleichen Fahrern. Das ist natürlich alles ein Vorteil. Kostet deutlich weniger Geld, auch wenn es dem Racing an sich als Hobby durchaus ein bisschen kosten kann. Aber im Vergleich zum Motorsport im Echten ist es deutlich, deutlich günstiger. Einstieg ist deutlich einfacher. Und ich sage mal, das Racing an sich auf der Strecke, kann man sagen, mit den heutigen Sims, ist ja doch sehr ähnlich dem auf der realen Strecke. Also die Competition, der Wettkampf, die Zweikämpfe, das ist ja echt. Auch wenn es eine Simulation ist, Software ist es trotzdem. Die Competition zwischen den ganzen Leuten ist ja trotzdem echt. Und das ist ja das, was Leute auch sehen wollen. Ein bisschen, ja, Emotionen kriegen wir noch nicht so ganz rüber. Wie gesagt, mit den Camps zum Beispiel ist das auch immer noch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, die Reaktion mitzubekommen von den Fahrern, wenn wir einen Unfall hatten oder wenn davor einer ist, wo sie nicht vorbeikommen und die das übelst nervt. Lichthupe sieht man noch, da kann man noch was ableiten von. Aber auch mal so ein Gesichtsausdruck, wenn da einer angespannt ist oder der andere komplett chillig. Immer ganz, ganz interessant auch zu beobachten in den Streams, wie die Leute so unterwegs sind. Manche so, manche so. Das muss man auf jeden Fall noch mehr rüberbringen. Und dann ist es, glaube ich, noch spannender anzusehen, weil man sieht, da sind wirklich Menschen, die da um irgendwas kämpfen. Das wollen ja Leute auch wirklich sehen, die da vielleicht nicht so viel mit zu tun haben. Weil sonst siehst du halt nur Autos, denkst du, okay, sieht ganz cool aus. Aber so die Menschlichkeit oder das Menschliche, das ist noch was fehlt. Und ich glaube, das wird nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein, das zu etablieren, sage ich mal. Ja, das habe ich auch in einem YouTube-Video schon mal angesprochen. Uns fehlen einfach die Geschichten zu den Fahrern. Das fehlt uns einfach. Ja, ich habe ja schon mal ein bisschen recherchiert so, auch für VIM hatte ich mal geguckt. Kriegst du denn überhaupt eine Information von irgendwelchen Teams? Also, keine Ahnung, ich übertreibe mal ein bisschen. Gibt vielleicht fünf Teams, die auch irgendwie eine Online-Präsenz haben, eine Webseite. Meistens ist es ja irgendwie, das E-Sports-Team, irgendeine Untergruppe von irgendwas Größerem an E-Sports, keine Ahnung, die noch Counter-Strike machen oder was weiß ich zum Beispiel. Und dann ist das so eine Unterkategorie. Und dann stehen da vielleicht die Fahrer, da steht das Alter, wie er heißt. Aber ja, ob die vielleicht irgendwas gewonnen haben oder irgendwas, was du mal erzählen kannst, ist schwierig. Und ganz, ganz vielen, auch die, die um Geld fahren vielleicht, haben vielleicht gar keinen großen Auftritt. Weil, ich weiß nicht, ob sie nicht können, nicht wollen. Aber es ist gar nicht so einfach, da Informationen zu bekommen. Daher, ja, kannst du da noch so Interviewbögen vielleicht machen, das können sie nochmal ausfüllen. Das kann man vielleicht noch ganz gut machen, haben wir auch gemacht. Aber sonst, ja, einfach so Informationen mal rankriegen, Geschichten erzählen, ist nicht einfach. Ist im realen Motorsport ein bisschen einfacher. Da können die sich auch nicht wehren, da läufst du durch die Boxengasse als Reporter, fragst die. Du siehst direkt Gesichter, du kannst auch noch, keine Ahnung, einen Teamchef fragen. Du kannst auch noch aus der Boxengasse irgendeinen vom Team fragen. Dann kriegst du ja viel mehr Eindrücke, viel mehr Meinung und so weiter. Das ist ja im Internet, wie es so ist, ein bisschen verstreuter, anonymer. Und manche wollen das ja vielleicht auch gar nicht. Die wollen einfach Renn fahren. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich der gute Recht, kannst keinen zwingen, wie gesagt. Aber das ganze Produkt Simracing, das hängt ja nicht nur vom Broadcasting ab oder vom Veranstalter. Da müssen ja auch die Teams so ein bisschen was dazugeben, damit, das, weißt du ja, profitieren ja alle von allem sozusagen. Das ganze Produkt muss ja stimmen. Und da gehören natürlich auch Teams und Fahrer dazu, dass die da so ein bisschen nochmal Qualität mit reinbringen, sag ich mal. Weil uns ein bisschen, wie sagt man, Stoff liefern, den man noch weitergeben kann, ein bisschen was erzählen kann und so weiter. Als ja, nur das Rennen, auch wenn die Rennen an sich natürlich spannend sein können, ist das immer noch schöner, wenn du nochmal was dazu erzählen kannst. Das stimmt ja. Deswegen gibt es übrigens diesen Podcast hier. Nur aus diesem Grund. Weil mich das einfach nervt, dass man nichts findet. Ja, das war interessant. Mich hört man sonst so beim Kommentieren, das ist tatsächlich jetzt mal ein bisschen persönlicher, das ist ja auch mal was anderes. Ja, eben. Genau. Weil ich selber streame jetzt auch nicht mehr so häufig beim Fahren. Ja, wandern auch. Ja, weiß ich auch nicht. Guck mal, der Sitz ist schon ganz traurig. Schon ganz traurig hier. Sitz, ja. Wann bist du das letzte Mal gefahren? Letzten Tag bin ich ein paar Mal gefahren. Also AC fahre ich ganz gerne auch, Mazda Cup, den wir bei LFM haben, der macht sehr viel Spaß. Das Junetta Cup bin ich letztens ATC gefahren. In 2 auf 2 bin ich gefahren. Also Paarren bin ich letztens tatsächlich gefahren. Und Sonntag, das Endo bin ich gefahren mit Jonathan. Da sind wir Elfter geworden. Ja, Split 1, aber richtig gut unterwegs. Echt, in Split 1 sogar? Ja, ja. Wir haben profitiert von vielen DTs und sowas. Und zu wenig getankt vor uns. Wir sind eigentlich nur durchgefahren. Ja, und das ist ein Mustang, den ich zwei Tage vorher oder drei Tage vorher das erste Mal gefahren bin, mit dem ich auch nicht so gut klarkomme eigentlich. Hab mich dran gewöhnt. Und dann ging das irgendwie. Aber war recht erfolgreich tatsächlich, ja. Elfter Platz ist so super, wenn du nicht wirklich viel fährst in Split 1. Absolut. Also wir waren da recht happy. Waren jetzt nicht super viele Schwitzer dabei, muss man auch sagen. Also die Top 10 bis 15 waren schon Teams, die ja regelmäßig fahren, die auch sehr gut sind. Nicht unbedingt E-Sports, aber die im Split 1 regelmäßig unterwegs sind als Team oder auch einzeln. Von daher waren wir da ganz happy, dass wir da, glaube ich, P18 im Qualifying hatten. Ähm, und dann, ja, sind wir ein bisschen nach vorne gekommen. Auch wenn, ja, meistens waren die Fehler der anderen. So wenig getankt, wie gesagt, DTs gehabt. Disconnect war auch einer dabei. Aber gut, was sollen wir machen? Kann ich auch nichts für. Und nimmt man ja gerne mit, sag ich mal. Chris, ein Geschenkgaul schaut man nicht ins Maul, sagt man aber so schön. Absolut, richtig. Und da kann man auch einfach mal sagen, Glückwunsch, haben die anderen halt verkackt. Das ist ja nur... Werd auch dazu, ne? Das ist ja nicht dein Problem. Ne, absolut. Man gewinnt nicht immer, weil man der Beste ist, sondern weil die anderen einfach auch immer Pech hatten oder einfach schlechter sind. Ich meine, frag mal Niklas Huben, der hätte den Pro Cup, wann war das? Samstag, ne? Ja. Ja, gewonnen locker, hatte ein bisschen Pech im ersten Rennen, hat alle anderen vier Rennen gewonnen, ist am Ende noch zweiter geworden insgesamt. Aber, ja, wir wissen alle, er hätte sehr, sehr sicher wahrscheinlich das Event gewonnen. Aber Pech gehabt, so ist es. Wer hat es denn am Ende gewonnen? Nils Steinbrenner. Ui! Der Herr Steinbrenner? Der war nach vier von fünf Rennen bereits schon festgelegt als Sieger, konnten keiner mehr einholen. Weil er immer durchgefahren ist, keinen Unfall hatte groß. Weil in Van der Velde ist, glaube ich, rausgeflogen, Whitehead ist rausgeflogen, Ostermann auch. Ja, der ist im gleichen Unfall verwickelt gewesen, wie Huben, in Uruch-Radion war das, Backmarker sich gedreht hat. Ja, hat natürlich auch mal ein bisschen profitiert, da sind wir wieder beim Thema. Haben die anderen auch mal leider Pech gehabt und man selber ein bisschen Glück. Gehört im Sport immer dazu, würde ich sagen. Aber wenn vier von fünf Rennen gewonnen wurden, wie kann der nicht erster sein? Das musst du mir jetzt mal kurz erklären. Also das Event, das waren ja fünf Rennen, 25 Minuten mit Knockout. Das heißt, wir sind mit nicht ganz 50 Fahrzeugen gestartet und nach jedem Rennen sind die letzten zehn immer rausgeflogen. Die waren dann aus dem Turnier raus sozusagen. Und zusätzlich gab es noch Punkte für P1, gab es 50, dann 49, 48 und so weiter, dass jeder Punkte bekommen hat. Und Huben ist dann durch diesen Unfall 32. geworden, ist noch ins nächste Rennen gekommen, hat aber halt nicht so viele Punkte bekommen. Und Steinbrenner war immer ganz vorne mit dabei. Und dann hatte Huben zwar immer gewonnen, aber dadurch, dass immer nur ein Punkt Unterschied zwischen den Positionen waren, war natürlich, konnte er nur darauf hoffen, dass Steinbrenner zum Beispiel auch einen Unfall hat. Aus eigener Kraft konntest du da nicht so viele Punkte rausholen. Deswegen, ja, war das sehr schwierig, da nach ganz vorne zu fahren. Aber wenn es dieses Event nochmal geben sollte, wird da wahrscheinlich nochmal was dran gemacht werden an dem System. Das ist ja bitter. Ja, das ist bitter. Vier Rennen von fünf gewonnen und wirst einfach nur Zweiter. Ja, ist so. Aber er ist weitergefahren. War das erste Rennen, wo es passiert ist. Ist weitergefahren, hat noch alles rausgeholt, was geht. Und es war eine schöne Geschichte fürs Event, sage ich mal, für ihn persönlich jetzt eher weniger. Aber das war auch kurz vor Rennende, glaube ich, im Renn 1. Da war er da mit, ja, Ostermann war es, glaube ich, P1, P2, relativ safe vorne. Rennen war fast vorbei und plötzlich siehst du in der Anzeige gelbe Flagge bei den beiden. Guckst du hin, steht da einer in der Wand, Huben da mit einem beschädigten Fahrzeug unterwegs. Guckst rein, was da passiert ist. War ein Backmarker, hat sich gedreht, konnte dann leider nicht ausweichen in Radeon. Ja, und zack. Ja, war die Aufmerksamkeit da, spätestens von den Zuschauern, weil es sah eigentlich danach aus, dass er es locker holen wird. Oh, no. Ja. Niklas ist nicht gesehen. Drama für den Zuschauer, gut. Nee, absolut nicht. Der hat es momentan in seiner Single-Karriere nicht einfach. Ja, das stimmt, stimmt. Internet hat er auch letztens nicht so, hat nicht so gut funktioniert. Deswegen Pro Series ist für ihn auch diese Season schon wieder gelaufen, leider. Hatte da auch schon zwei gute Ergebnisse, mindestens schon zwei Podium, glaube ich sogar. Ja, war nicht ganz sicher. Ja, ist eigentlich ein Kandidat auch für ganz vorne, aber manchmal soll es irgendwie nicht sein. Was sehr schade ist. Ich bin auch schade, dass Nils Naujoks nicht mitfährt, diese Season, nächste wahrscheinlich auch nicht. Richtung Winter eventuell wieder, weil der ist ja mit seinem BMW, weiß nicht, ob er noch weiterfährt, auch immer gut dabei. Hatte auch die letzte Pro Series gewonnen. Also es ist mal sehr schade, wenn da so wirklich Popfahrer mal nicht mit dabei sind, weil was will man sehen? Natürlich die Allerbesten der Besten, die untereinander fighten. Und wir sehen es ja auch, ja, VEM war ja auch sehr, sehr schwitzig durch die Vorqualifikation. War eine sehr gute Idee. Waren ja, ich weiß gar nicht, viel zu 100 Teams, die da sich qualifizieren wollten. Nachher waren es knapp 50 da, die weitergekommen sind. Und die waren ja super eng beisammen. Aber selbst für ein Endurance-Rennen war es da ja wirklich über Stunden eng an eng. Sonst hast du es ja gerne mal, dass nach zwei, drei Stunden das schon ein bisschen aufgedruselt ist. Da ist es relativ entspannt, sage ich mal. Aber da waren das ja immer irgendwie Zweikämpfe. Das ist ja das, was man sehen möchte. Das war schon wirklich ein sehr gestörtes Fahrerfeld, muss man sagen. Also die Qualifikation war ja, was war das denn, in einer Sekunde die Top 40 oder so an manchen Tagen? Ja, und das waren vier Zeiten addiert, muss man dazu sagen. Waren ja zwei Fahrer auf zwei Strecken, also vier Zeiten. Und das war nicht mal eine Sekunde insgesamt. Also im Schnitt waren da 40, 50 Autos pro Fahrer pro Strecke 0,2 auseinander, rechnerisch. Ja. Ja, war schon krank. Und man hat viele, sagen wir mal, aus LFM-Sicht zumindest, neue Teams gesehen, neue Gesichter, hätte ich fast gesagt. Leider nicht die Gesichter, aber Namen, die da mitgefahren sind. Also das zeigt ja auch, dass da ja noch ganz, ganz viele Leute überall sind, die da vielleicht gar nicht so auf der großen Fläche, sage ich mal, unterwegs sind, aber ja, Leistung bringen können und da durchaus ganz vorne mit dabei sind. Ja, vielleicht kommen die ja noch. Ja, wäre schön. Also gerne, gerne. Ich denke schon, dass sich das jetzt nochmal ein bisschen durchmischt und auch mal die alten Hasen da ein bisschen am Stuhl gesägt bekommen. Ja, da wären wir wieder beim Storytelling. Ist immer ganz toll, wenn irgendwo ein Neuer kommt, der richtig gut ist, dann freuen sich alle, dann freuen sich auch alle, dass er drei, vier, fünfmal eine Championship gewinnt und irgendwann wollen sie aber, dass er wieder fällt. Das ist immer die gleiche Geschichte, ne? Ja. Dann kommt hoffentlich wieder ein Neuer. Ja, irgendwann sind die Leute müde. Deswegen macht Nils jetzt Pause. Deswegen macht er Pause, meinst du? Ja, natürlich. Ah, schlauer Junge. Und dann feiert er irgendwann sein Comeback mit 40 dann, weil er richtig grau ist. So ein Ding wird das. Wird es natürlich nicht, das hat Nils uns schon erzählt im Podcast, leider, Chris. Ich kann dir, wir können diese Geschichte leider nicht ausspinnen. Ne, Nils macht gerade einfach nur mal Pause. Er macht gerade noch ein paar andere Sachen. Aber wäre eine schöne Geschichte, die hätte man so runterleiern können, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Aber Comeback kann auch schief gehen. Weil die Leute haben dann immer Erwartungen, ne? Man hat's bei Michael Schumacher früher gesehen, boah, er ist wieder da. Ich glaub, eine Season liebt man auch mal halbwegs Top Ten, glaub ich, war's oder so. Aber ja, muss man immer vorsichtig sein. Also es ist ja auch schön, dass Leute mal gehen und wieder kommen und nicht immer ständig da sind und auf dem Thron sitzen. Weil ich sag dir so, Williams auf Dauer hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja, das stimmt. Die Gefahr haben wir gerade in der Pro Series, weil Veloce da mit 500 Autos unterwegs ist und die da immer alle vorne mitfahren. Ja, ja, die haben wahrscheinlich 5, 6 Autos bestimmt. Und die haben, glaub ich, bis jetzt jedes Rennen, oder jedes, weiß nicht. Ich glaub eins nicht. Aber sonst haben wir immer Veloce vorne gesehen, diese Season. Fragen sich auch manche, können wir das nicht begrenzen mit den Teams? Ja, kann man machen. Dann nennen die sich einfach um und dann fahren sie trotzdem da vorne rum. Ändert leider dann auch nicht so viel. Daher, glaub ich, haben sich sehr, sehr viele gefreut, dass New Yorks letzte Season gewonnen hat. Weil es einfach mal ein anderes Team war auch, ein anderer Fahrer. Ja. Der ist ja auch die Season davor, ja, mit vorne gefahren. Ganz vorne hat's dann nicht ganz gereicht immer. Ähm, von daher, ja, gebe ich dir absolut recht. Bisschen Mischmasch ist immer sehr gut. Ja, gerade im Endurance-Bereich ist, äh, ja, beispielsweise Williams sehr, sehr dominant, ne? Also VEM war ja jetzt auch so, da passieren ja wenig Fehler so. Könnte man jetzt auch mal wechseln. Ja, mal gucken, was noch so kommt, ne? Leute kommen, Leute gehen, Team kommt und Teams gehen, das sieht man auch immer wieder. Ähm, ja, aber gut. Gibt halt auch Teams, die, wie Williams, da steckt natürlich auch was dahinter, sag ich mal. Ja. Gibt auch viele, viele Teams, die halt das dann nur aus Hobby machen, trotzdem gut sind. Aber da fehlen auch, sag ich, die Zeit, die Mittel, da auch immer vorne mitzufahren, sag ich mal. Von Zeit, wahrscheinlich. Ja, natürlich fehlt da die Zeit. Ich meine, wenn du jetzt nicht unbedingt, äh, Geld damit verdienst, dann wird's halt echt schwer. Ne? Woher willst du das nehmen? Das sind ja auch am Tag deine, die werden auch ihre acht Stunden fahren und trainieren und nur auf dem Level zu sein. Absolut. Aber bei uns im Team, die sitzen da, ja, sehr, sehr viele Stunden da pro Tag unten im Discord und, äh, fahren ihre Runden, probieren Setups aus, äh, mogeln da oder fummelen da an ihren Setups rum, geben sich gegenseitig Tipps. Und tun, tun, tun. Und ja, hat sich gelohnt. Wir haben ja auch zwei Autos in der SAO diese Season. Wir haben zwei Autos in der SAO? Ja. 255 Competition ist ja das E-Sports-Team von LFM. Und dann einmal noch, äh, ja, ein LFM-Auto, normal, sag ich mal, haben wir beide in der SAO. Geht ja auch bald los, ne, in ein, zwei Wochen, glaube ich. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Wir sind ja sehr gespannt. Ich glaube, am 8. müsste das erste Rennen seit drei Stunden Suzuka, müsste ja irgendwas die Dreh sein. Weißt du, wen für Autos gefahren? Steht das schon fest? Äh, müsste, äh, oh Gott, habe ich noch gar nicht ganz gemerkt. Ich glaube, ein Mustang, BMW Mustang. Ui. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, wild. Da bin ich ja mal gespannt. Krass. Geil. Also, freut mich, dass, äh, LFM da auch rein, äh, reingeht jetzt dann. Also, ich meine... Letzte Season? Ja, mach du. Äh, letzte Season wollten wir auch, aber haben uns leider nicht qualifiziert. Diesmal hat's funktioniert. Aber wir haben auch fahrradtechnisch ein bisschen aufgerüstet. Von daher sind die Chancen gut, dass wir da auch gut abschneiden können. Äh, ich wollte gerade sagen, also, ich meine, das Auto, was jetzt VEM gefahren ist, das war ja noch auch schon, äh, ganz schön rund. Würde man sagen. E-Spots mäßig, also wirklich auf der Strecke haben wir jetzt relativ lange vernachlässigt, sag ich mal, weil wir uns halt auf die Plattform konzentriert haben. Ja. Aufs Daily Racing und so weiter. Da haben wir jetzt E-Spots technisch. Wir hatten zwar Fahrer natürlich, die auch gefahren sind, aber wir haben da jetzt noch nicht so den Fokus drauf gelegt. Inzwischen haben wir ja mit Fred auch einen E-Spots Manager richtig, der sich darum alles kümmert, der das da auch alles in die Wege leitet, sich darum kümmert, dass das auch läuft. Und haben auch inzwischen da einige gute Fahrer mit dabei. Bei, ein Herr Sherrod zum Beispiel. Wow. Sehr, sehr gut. Der wird immer am Anfang genannt, weißt du. Und dann, äh, Mina zum Beispiel. Mina, auch, ja, ist regelmäßig unterwegs. Den sind wir ja auch ganz, ganz oft. Der fährt ja den BMW auch. Ja. Ähm, Abulaze ist mit am Start. Auch sehr, sehr stark. Das habe ich letztens gelesen, Chris, und ich musste ja instant an unsere Cars denken, ne? Dass wir euch jetzt Abulaze geholt haben. Das ist ja... Ja, sehr internationales Team, muss man sagen. Also, ist ja nicht so, dass wir nur Deutsche fahren, also ganz, ganz, von überall, ne? Ja, ist sehr gemischt. Wer weiß, was da noch so kommt, weil Interesse besteht durchaus beim einen oder anderen Fahrer vielleicht auch unter LFM-Flagge zu fahren, tatsächlich inzwischen. Ja, mittlerweile ist das so, ja? Ja, durchaus. Also, vor allem die Fahrer, die halt LFM auch gut finden, also logischerweise. Ja, wäre doof, wenn nicht. Die würden sich auch vielleicht freuen. Wäre doof, wenn nicht, ja. Die freuen sich da durchaus, wenn sie da vielleicht auch fahren können. Pass mal auf, irgendwann LFM, das neue Williams dann. Aber, man, ja. Das sehe ich. Ich habe da keinen. Ich gucke in die Zukunft. Das neue Williams wird LFM sein. Einfach das dominante Team. Ja, wenn du jetzt nur mal guckst, Abulaze, Sherrod oder, ja, Sherrod, Minar. Ja, wer saß noch auf dem Auto, ähm, ich komme nicht auf seinen Namen, im Ferrari. Also, wenn du nur die vier, beziehungsweise fünf nimmst, hast du doch schon einfach komplett geistesgestörtes Auto. Ja, wenn sie durchkommen, keinen Unfall haben, kein Disconnect bekommen und so weiter, weil wir haben auch ein, zwei Leute, die in Südafrika wohnen und da ist das manchmal nicht so mit Internet und Strom, nicht immer, leider. Ja. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, aber so rein von der Pace ist das schon sehr, sehr gut und, ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Wir sind gespannt, werden auf jeden Fall am 8. zusammen im Discord uns das Rennen anschauen und dann drücken wir mal die Daumen, ob das gut geht da alles. Ich finde, das kann ja durchaus auch sehr wild sein. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde das jetzt erstmal raus, wer das war. Wer ist denn da noch mitgefahren in der VEM? Jack Alexander war mal bei uns. Genau, Jack Alexander war es, Dankeschön. Jack Alexander, ah, den meinst du. Keine Idee, der fährt nicht mehr bei uns. Wir haben, glaube ich, aktuell kein Team, soweit ich weiß. Oh, okay. Rausgeflogen aus dem... Aber Proceeds läuft für ihn trotzdem gut. Der Proceeds läuft für ihn aber gut, da ist er vorne mit dabei. Ja, im eSports. Habt ihr ihn gehen lassen? Was sagt der Transfermarkt da? Habt ihr ihn gehen lassen oder ist er aber gegangen? Wo sind die Infos? Wo sind die Infos, ja. Ich hab die tatsächlich gar nicht, weil ich in diesem ganzen eSports-Zeug gar nicht so viele Aktien drin habe. Ich krieg das immer nur so mit. Okay, okay. Aber einfach die Wege getrennt, sag ich mal. Ja, das ist gut. Ist halt so. Man findet zusammen, merkt zwar, geht, geht. Geht nicht oder Interessen, Konflikte, irgendwas die Richtung. Und dann geht man getrennte Wege. Ist nichts Wildes. Also wir haben jetzt keinen Hass gegen ihn oder irgendwas. Ja, ja. Alles fein da. Ich sehe aber gerade, dass Abolazio noch nicht drauf ist bei euch. Die Seite ist nicht aktuell. Die ist nicht aktuell. Ja, wahrscheinlich. Nee, 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 nee. Mann, Mann, Mann. Ja, es ist... Entschuldigung, Boris, aber da müssen wir mal sprechen. Das geht so nicht. Aber Boris bestimmt Zeit. Er hat Boris Zeit für, ja? Ja, wahrscheinlich nicht. Nein. Der hat sehr, sehr viel zu tun. Für ihn, wenn es nach ihm ginge, könnte der Tag auch gern 50 Stunden haben, glaube ich. Ja. Und schlafen. Der hat sehr, sehr viele Fronten, an denen er irgendwas zu klären hat. Jeder will ständig irgendwas von ihm. Und das summiert sich natürlich. Klar, guckt mal, wir haben es inzwischen auch ein bisschen hinbekommen, ihn mal zu entlasten. Ist nicht bei allen Dingen halt möglich. Aber da, wo es geht, entlasten wir ihn natürlich auch. Aber ja, das Ganze wird auch nicht einfacher. Umso mehr das wächst, umso mehr man tut und macht. Wie gesagt, man versucht sich auch da, auf der Plattform weiterzuentwickeln, noch mehr. Ja, für die Community natürlich viel zu tun. Von daher, von da kommen wir ja auch. Hat sich ja so aus... War ja nie so geplant, dass das so ist, wie es jetzt ist. Das war ja von Zappi und Boris irgendwann mal gegründet. Ich weiß jetzt gar nicht, warum genau. Aber die haben dann mal ein oder zwei Serien, glaube ich, erstellt. Und dann hat es sich irgendwie so entwickelt. War ja nie so gedacht, dass das jetzt so die Ausmaße annimmt. Von daher... Naja, im Grunde genommen wahrscheinlich... Wollte man sich da auch organisieren. Im Grunde genommen wollte... Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Im Grunde genommen wollte Boris keinen Highways mehr fahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, hat es mal irgendwann erzählt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das kann sein. Aber wenn man sich das anguckt, es sind fast 175.000 User. Ja, enorm. Muss man sagen. Ja, die fahren jetzt nicht alle, leider. Aber du hast da abends teilweise hohe dreistellige Zahlen, die da gerade irgendwo unterwegs sind. In ACC, in AC. Also, ja. Aber wo willst du, wenn du ACC fährst, sonst den ganzen Tag fahren? Gunus selber da die... Ich weiß nicht, gibt es da noch die Competition? Ja, wahrscheinlich. Ja? Ja, wahrscheinlich. Aber da ist ja... Ewig nicht gefahren da, keine Ahnung. Naja, das geht um 16 Uhr los und dann ist ja kein Strafsystem und nichts dabei. Ja, das kommt dazu, ne? Ja, das ist ja auch nicht so geil. Aber es ist schon schön. Also, ich habe mich sehr gefreut, die letzten Jahre das so ein bisschen zu beobachten. Ich fahre jetzt selber nicht mehr so viel ACC, aber es ist trotzdem echt schön, was da gemacht wird und wie das weiter aufgebaut wird. Ja, da wird noch einiges passieren. Kann ich jetzt natürlich nicht erzählen, was, aber da ist nicht nächste Woche irgendwie Schluss mit den Ideen und den Vorhaben, sage ich mal. Ja, das ist was... Können wir uns da auf einiges freuen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht, wie sagt man, ihr schlaft ja alle nicht. Ihr macht es ja im Grunde genommen im ganzen Tag nicht so anders. Teilweise, ja. Also, Boris auf jeden Fall nicht. Gut, das ist klar. Er ist Tag und Nacht da am Machen und Tun. Aber, wie gesagt, wir sind da im Hintergrund natürlich inzwischen auch sehr, sehr viel mit beschäftigt. Vor allem auch, was Community-Support angeht. Da werden ja ständig Tickets erstellt wegen irgendwas oder Reports natürlich. Beko auch aus dem Daily-Bereich immer gut zu tun. Zum Glück haben wir da letztens sehr, sehr viele neue Leute gewinnen können, von denen auch viele noch da sind. Daher staut sich das auch nicht mehr so auf mit den Reports, wie das teilweise war. Da kommt natürlich auch mal eine ordentliche Flut rein, je nachdem, welche Strecken vor allem dran sind. Weil in Spa, in Nürburgring fahren auch noch viele Leute, da passieren auch viele Unfälle. Wenn jetzt nicht hatten dran ist, da fahren nicht so viele oder weniger. Da ist dann ein bisschen weniger. Aber da ist natürlich auch immer wieder Aufkommen und normale Supports, weil irgendwo was nicht funktioniert hat. AC Amware, da ist ja auch, muss man auch erstmal wieder reinfinden, sage ich mal. Wenn man ACC kennt, ist AC ein bisschen pummeliger, sage ich mal, in der Bedienung. Aber es geht auch alles, muss man den Leuten auch mal erklären, weil ja auch immer wieder neue dazukommen, die vielleicht auch im Simracing noch gar nichts zu tun hatten. Es sind ja nicht irgendwie immer Leute, die vielleicht nur zur ACC mal rübergekommen sind oder zur LFM. Sondern Leute, die haben es irgendwo gesehen. Weiß nicht, weil sie Mavic zugeschaut haben. Gucken ein paar Leute zu bei ihm oder sonst wo zugeschaut haben. Und dann sich dachten, oh, das sieht gut aus, interessant. Gehen wir mal hin. Und dann kommen da auch mal so, sagen wir mal Anfängerfragen, wo man selber denkt, Junge, das ist doch eindeutig. Aber ist es ja nicht, weil die wissen das ja nicht. Ja, eben. Also da hat man auch sehr, sehr viel zu tun. Habe ich zum Glück nicht. Also mit Broadcasting bin ich extrem gesegnet, sage ich mal. Glaube ich mit der besten Jobs, die man haben kann. Huch, meine Kamera. Da muss man nicht so viel machen. Man muss nicht so viel machen. Nee, aber da meckert einen keiner voll, nervt einen keiner, weil man macht einfach. Ja. Und man bringt die Freuden oder die freudigen Seiten des Simracing rüber, sage ich mal. Also im Ticketsupport. Aber das ist ja überall so. Also da hast du auch Menschen, die ein bisschen schwieriger zu handeln sind, sage ich mal. Und daher habe ich da eigentlich einen recht angenehmen Job, der aber durchaus auch anstrengend sein kann. Also tatsächlich im Kopf, da bist du so viel am Machen und Tun. Die Stimme, vor allem wenn du jetzt irgendwie ein Endo-Rennen hast, mal vier, fünf Stunden kommentieren. Das merkst du in der Stimme natürlich auch. Muss man auch lernen, wo wir vorhin schon beim Thema waren, wie man denn kommentiert. Das ein bisschen auch zu dosieren, dass man auch über die ganze Distanz auch reden kann. Bringt ja nichts, wenn du zwei Stunden Gas gibst und in einer dritten Stunde bist du komplett heiser. Man kann es nicht mehr reden. Das bringt natürlich auch nichts. Aber das ist halt Erfahrung. Und irgendwann hat man so ein bisschen einen Mittelweg gefunden, dass man da auch relativ kontinuierlich das Ganze über die Bühne bringen kann. Ja, aber ich muss dir jetzt kurz eine Frage stellen, weil du zwischendrin die zwei Strecken erwähnt hast. Spar und Nürburgring. Was ist deine Lieblingsstrecke? Oh, ich habe, glaube ich, gar keine richtige Erlege. Oh, oh, oh. Also, also, Nordschleife mag ich sehr, sehr gerne. Also rein vom Fahren her zum Zweikampf führen, Rennfahren ist sie schwierig. Aber rein vom Fahren her finde ich sie gut. Ansonsten, ich mag tatsächlich so kleinere Strecken, so englische Strecken. Brands Hedge mag ich eigentlich sehr gerne. Oaten Park finde ich auch sehr gut. Snatterten tatsächlich eher nicht. Aber tatsächlich solche Strecken mag ich ganz gerne. Spar ist an sich gut, aber sehr ausgelutscht. Misano auch lange Zeit einer meiner Lieblingsstrecken gewesen. Die mögen auch viele nicht, weiß gar nicht warum. Chris, einfach absolut der Sympathiebolzen hier gerade. Ja, ja, das hatten wir ja schon mal besprochen. Ich war auch schon drauf gekommen. Absolut der Sympathiebolzen. Also jedes Mal aufs Neue wieder. Also wenn ihr den Menschen jetzt nicht folgt auf den sozialen Medien, weiß ich ja auch nicht. Und den habe ich leider nicht so viele. Nur Twitch eigentlich. Und das habe ich gar nicht. Ja, den nicht. Aber dann könnt ihr LFM-Stream gucken, wenn er kommentiert. Ja, das stimmt. Ja, ich muss daher ja nochmal ran. Da haben wir schon Multiclass mit Cup Porsche und M2s auf dem Nürburgring. Das ist ja wild. Was ist denn so? Ja, das Event hatten wir schon mal. Mach du, Entschuldigung. Das Event hatten wir schon mal auf Schwieberg. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das wollte ich nur noch sagen. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das Spaß macht. Was ist denn dein Lieblingsauto? Ich bin ja früher sehr viel McLaren gefahren, den alten noch. Dann habe ich sehr viel Ferrari gefahren. Also irgendwie so Mittelmotor ist, glaube ich, so allgemein mein Ding. Also ich habe gar kein Lieblingsauto tatsächlich, muss ich sagen. Ich weiß gerade auch nicht, was ich als Main fahren würde, weil ich so selten fahre. Wir sind jetzt Mustang am Sonntag, wie gesagt, gefahren. Ja. Ansonsten, ja, habe ich tatsächlich kein absolutes Lieblingsauto. Das ist wahrscheinlich die Natur als Kommentator, dass man immer sehr neutral ist. Ja, muss man ja nicht haben. Aber es hätte ja sein können, dass du privat gerne irgendwas Bestimmtes fährst. Nee, ich hätte es nicht wüsste. Hast du eins? Ja, in der Tat schon. Mittlerweile fahre ich sehr gerne Porsche. Ja. Tatsächlich. In anderen Sims zum Beispiel fahre ich den Porsche auch sehr gerne. Irgendwie habe ich da mehr Gefühl fürs Auto. Aber Porsche ist auch schon ganz cool, wenn man weiß, wie man ihn fährt. Ja, Porsche macht schon gut Spaß. Aber ich entdecke auch gerade für mich andere Rennserien. Das kommt auch noch dazu. Also ich gucke gerade über den Tellerrand hinaus. Und da gibt es auf jeden Fall so ein, zwei Autos, die mir sehr gut gefallen. Ah, sehr schön, ja. Aber wo ich gerade gesagt hatte, andere Rennserien beziehungsweise Ligen, hast du da auch Bock mal woanders reinzuschnüffeln? Oder sagst du dir so, GT Sport, da bin ich zu Hause, da bleibe ich erst mal? Tatsächlich interessiert mich eigentlich sehr gerne für andere Serien. Also wenn ich fahre, ACC, GT3 tatsächlich sehr selten. Das war jetzt Sonntag mal seit langer Zeit. Sonst fahre ich da auch gerne GT4, M2 bin ich lange gefahren. Aber auch in anderen Sims wie AC, da haben wir ja auch unter anderem LMP3 bin ich lange, das heißt lange, bin ich öfters gefahren. Mazak habe ich schon erwähnt, fahre ich gerne Formel 3 oder Formel 4. So kleine Formelserien finde ich immer sehr cool. Fahren sich auch immer sehr schön. Also da fahre ich eigentlich ganz gerne auch andere und kleinere Serien, weil ich finde das Racing in, ja vor allem wenn es die gleichen Autos sind, ein bisschen schwächer vielleicht. Das Racing auch irgendwie ein bisschen besser. Also längere Zweikämpfe und enger, du kannst enger fahren und so weiter. Das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Also ich bin bei Weitem nicht irgendwie nur GT3-Boy. Also ich fahre auch tatsächlich sehr gerne kleinere Klassen. Gibt leider nicht so viele, die das machen. Gibt mal Multiklass ja immer, Klassiker. Alle wollen es, aber alle wollen GT3 fahren oder viele. Das ist einfach immer das Geilste. Ey, lass doch Multiklass-Rennen machen. Okay, wir machen das folgendermaßen. 40 Slots GT3, 20 Slots GT4. 40 Slots, 3 Sekunden, alles voll. GT4 bis zum Ende, 4 Stück. Ja, das ist Simracing-Paradoxon Nummer 1. Absolut. Aber weißt du, wer das immer ist, der danach schreit, wir wollen Multiklass-Rennen haben? Der GT3-Fahrer? Der GT3-Fahrer, der einfach richtig räudig und ekelhaft mal Menschen überholen will. So mit reinstechen und allem drum und dran. Das sind die, die danach schreien. Das mag sein. Ich weiß es nicht. Müsste man sich im Einzelfall anschauen, ja. Ja, ist ein bisschen schade. Wir haben ja auch Nordschleife im Programm und da sieht man das auch sehr, sehr gut, dass 90% GT3 ist. Man kann es den Leuten nicht verdenken, aber ist halt schade. Vor allem Nordschleife ist es natürlich auch Multiklass immer sehr, sehr schön anzuschauen. Ja, es muss noch ein bisschen mehr optimiert werden, dass man mit so vielen Autos fahren kann. Es läuft einfach nicht so. Ja, absolut. Es läuft wirklich noch nicht so rund. Das muss man leider sagen. Ich bin letztens Chris GT4 gefahren, 24 Stunden Nürburgring. Oh, wie war es? Dritter geworden am Ende. Ja, nice. Das war einfach so komisch. Es war wirklich so komisch. Das ist, ich kann dir das gar nicht in Worte fassen. Das fühlt sich wirklich an wie so ein Sonntagsausritt beim Autofahren. Weißt du, wenn du sonst immer so GT3s fährst, LMDHs oder Nesca und dann sitzt du in dem Ding drinnen und die Basis ist ja ein M2, also wie ein BMW, M2, GT4 gefahren. Ey, du hast halt wirklich 24 Stunden gedacht, du fährst Rasenmäher. Also wenigstens ein paar Zweikämpfe mit deinen Klassenkameraden. Nee. Nee, das ist schade. Nee, das ist ja, das hatte ich schon mal, ich weiß gar nicht, wo ich das angesprochen habe, aber 60 Autos sind einfach viel zu wenig. Ja, stimmt. Weißt du, was geht jetzt bei ACC drauf? 110? 10, glaube ich, müssten es sein, ja. Ja, 110. Wenn die Performance gut wäre und man nicht sein Game auf extrem hässlich drehen müsste, also sogar noch unter iRacing-Standard drehen müsste, dann wäre das... Und dann läuft es ja immer noch nicht vernünftig. Das wäre mega geil. Ja, es ist schade, dass... Du kannst einen tollen PC haben, aber ACC nutzt halt nicht alle Ressourcen, leider. Ja. Das wäre schön. Da gibt es andere Sims, also Automobilista 2 bin ich letztens auch mal wieder gefahren. Inzwischen fährt sich da sehr, sehr gut, muss ich sagen. Am Anfang auch nicht so, vor ein, zwei Jahren. Das läuft bunterweich, da kannst du alles hochstellen, wie du willst. Also das läuft astrein, sieht auch ganz gut aus. Tolles Wetter haben die in AMS 2. Also es wäre schön, wenn dann der nächste AC Evo, AC Evo heißt, glaube ich, nächste, da vielleicht nochmal dran arbeiten kann. Schauen wir mal, was Kronos so macht. Lassen wir uns überraschen, was da kommt. Aber das wäre, ja, ein Punkt auf jeden Fall. Würden es vielleicht auch mehr Leute fahren. Du kannst größere Grids machen. Und wo haben wir es gemacht? War es beim 24er? Ja, da haben wir, glaube ich, ein Qualifying vorher gemacht. Und dann durfte ja der Erste sich das Auto aussuchen und dann der Zweite, dann der Dritte und so weiter. Dass wir die Klassen auch ein bisschen verteilt bekommen. Das heißt, wenn man Pech hat, sind GT3s voll und dann muss man eine andere Klasse nehmen. Wäre nochmal eine gute Möglichkeit, ein bisschen mehr Multiklass zu haben. Aber bedeutet wieder ein extra Qualifying, ein bisschen mehr Zeit, mehr Aufwand auch für die Leute, die fahren. Manche haben auch gar keinen Bock, nur ein extra Qualifying zu fahren. Die wollen auf dem Server quali fahren, Renn fahren. Aber das mit diesem Vorqualifying haben wir festgestellt. Wie VEM haben wir ja schon erwähnt. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch wirklich enges Racing über einen langen Zeitpunkt oder Zeitrahmen zu garantieren. Also da lohnt sich der Aufwand, denke ich auch. Und ja, könnte man für Multiklass dann auch so etablieren. Ich habe gerade eine Idee, Chris. Ja. Lass mal kurz darüber philosophieren. Wäre es beim Multiklass nicht sinnvoll, wenn man die Startgebühren an die Fahrzeugklasse bindet? Weil es ist ja in der Theorie günstiger, einen GT4 zu fahren über einen Rennwochenende als einen GT3 oder einen Porsche RS und einen M2. Ja, auf jeden Fall eine Idee, die man mit einbringen könnte. Das stimmt, das stimmt. Sagen wir jetzt einfach mal, bei VEM hat es ja ein Hunderter gekostet für die Season. Im schlechtesten Fall, ja. Genau, im schlechtesten Fall. Und du sagst jetzt, okay, ich habe jetzt Bock, GT4 zu fahren. Okay, du warst ein 80er und ein M2 wäre vielleicht einfach ein 30. Wäre eine Möglichkeit, ja. Können wir mal einbringen eigentlich. Weil das wäre ja dann sogar noch näher am realen, also am realen, also ne, dass du nicht hundertprozentig, was Startgebühren angeht, aber dass du zumindest ein bisschen dich da anlehnst. Wäre eine Möglichkeit, ja. Aber wir sind eigentlich nicht so, dass wir unbedingt hohe Entry-Fees erheben wollen, weil das schreckt natürlich auch ein bisschen ab, beziehungsweise manche können sich es auch schlicht nicht leisten. Ja, klar. Muss man ein bisschen gucken, aber von der Idee her könnte das was sein. Hast du recht. Sehr gut. Ich meine, ja gut, kannst du ja auch mit einem Fünfer machen. Muss ja jetzt, weißt du, man muss ja nicht übertreiben, aber so als Idee quasi. Oder dass man irgendwie sich über die Season-Punkte erfahren kann, also so im Hintergrund und dann darfst du die einsetzen quasi, die du dir erfahren hast, um dir ein Auto zuzulegen. Und dann darfst du dir theoretisch den Slut kaufen. Auch eine Idee. Wenn manche meckern, ich habe auch nicht so viel Zeit, so viel zu fahren. Dann hast du Pech gehabt, ganz einfach. Ja. Dann hast du einfach Pech gehabt. Ey, die Leute, die draußen auf Rennstrecke fahren, die sind auch am Ackern den ganzen Tag von morgens bis abends und dies und das. Also kann ich euch nur mal die Folge mit Tim Heinemann vom Podcast empfehlen, da könnt ihr euch das mal anhören. Es ist, wisst ihr, ich verstehe das ja auch immer, wenn Leute sagen, du, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, ist okay, aber dann gilt genau dasselbe, wie wenn du nicht ganz so viel finanzielle Mittel hast. Manchmal ist es halt nicht möglich, dass du alles machen kannst auf dieser Welt. Weil einen Ferrari werden wir alle nicht fahren werden. Also viele von uns werden keinen Ferrari fahren und damit haben wir uns halt auch einfach dann irgendwann mal abgefunden, dass wir so viel Geld nicht verdienen. Das ist richtig, ja. Ja, ist immer ein schmaler Grad zwischen, ja, den kann man, den schließt man durch ein bisschen aus, aber wir wollen natürlich auch Qualität haben und so weiter. Ist immer ein ganz, ganz schmaler Pfad, aber kriegen wir es schon hin. Also es gibt genügend Teams, die mitfahren wollen grundsätzlich. Ja. Und dann, glaube ich, an fünf Euro wird es dann nicht scheitern. Eher dann noch an der Zeit, glaube ich, tatsächlich. Aber, ja, aber gute Idee, muss man sagen. Das würde ich echt feiern. Das wäre cool. Ja. Ich weiß nur, also das muss man natürlich ein bisschen weiter noch durchbrüten, diese Idee und, ne, weil es ist ja nicht eigentlich ausgereift, aber so grundsätzlich. Ja, also wir überlegen ja auch ganz, ganz viel, weil die Zeiten von, wir machen einfach ein Event, da kann sich jeder anmelden, fährt dann mit, ja, kann man machen, aber man merkt schon, wenn man so ein bisschen Rahmenbedingungen hat, ein bisschen aussortiert in Anführungsstrichen, bringt das noch deutlich mehr Qualität für das Event selber, muss man sagen. Auch wenn es Aufwand ist für alle, für den Veranstalter, für die Teams und so weiter. Ja, aber, ja, es ist, glaube ich, ein guter Weg, tatsächlich. Genauso wie, wir haben es vor allem zwei Jahre auch gemacht, deutlich kompakter die ganze Geschichte von den Terminen an sich, nicht einmal pro Monat, weil das, ja, verläuft sich halt, die Leute vergessen das auch, auch die Zuschauer vergessen das eventuell, oh, ist das dieses Wochenende schon. Aber wenn du alle zwei Wochen spätestens machst, dann ist das immer noch so ein bisschen im Gedächtnis, dann ist das sehr kompakter, weißt du, okay, nächsten sechs Wochen, acht Wochen ist diese Serie. Darauf kann man sich konzentrieren, auch als Team zum Beispiel, ne, da muss man nicht alles verteilt über das ganze Jahr machen, man kann das in diesem Slot machen, dann ist es, macht man es abgeschlossen und dann kann man zum nächsten Event zum Beispiel übergehen. Da haben wir auf jeden Fall auch festgestellt, dass das wahrscheinlich ein deutlich besserer Weg ist, weil sonst hast du auch sehr viel Schwund über so eine Zeit. Man merkt das in den Ligen ja ganz häufig, dass da am Anfang sehr viel ist und dann, ja, verläuft sich das aus verschiedensten Gründen, hast nachher noch die Hälfte der Fahrer und dann ist das natürlich auch immer blöd, weil auch die, ja, ganzen kleinen Ligen, sag ich mal, die investieren ja auch sehr, sehr viel Zeit, das Ganze auf die Beine zu stellen, das macht man auch nicht mal eben so und da lohnt sich die Arbeit dann irgendwann auch nicht mehr, was auch sehr schade ist natürlich. Ja, aber es sind alles Learnings, die man natürlich mit dem, mit der Zeit sammelt durch diese, ja, ganzen, auch teilweise ein bisschen größere Events, sag ich mal, weil das ja nicht immer, sag ich mal, selbstverständlich war, dass man auch um Preise oder um Geld fährt. Wir reden ja nicht von Riesenbeträgen, wie es in anderen E-Sports ist natürlich, aber dafür sind Racing-Verhältnisse, wenn du mal hier und da ein Tausender gewinnen kannst, ist das schon eine Menge. Immerhin was, sag ich mal, ja. Ist so. Ja, Mensch, durch dein Hobby ein Tausender verdienen, das ist doch, ja, absolut. Tausend Euro sind Tausender. Aber Counter-Strike oder League of Legends steht da wahrscheinlich keiner für auf, aber das sind auch ganz, ganz andere Dinge. Na gut, kommt drauf an, in welcher Szene du da unterwegs bist, ne, also da wird es bestimmt nochmal jemanden geben, der, der das, der wird auch für Tausend aufstehen. Wahrscheinlich. Ich nutze gerade den Moment auch mal, um dich darauf hinzuweisen, dass der Gast immer diese Folge abschließt hier, Chris. Ja. Also nicht, dass ich jetzt, ne, also wir sind jetzt bei einer Stunde und ich gebe da immer den Hinweis. Achso. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier aufhören, sondern, dass du dich gedanklich schon mal darauf einstellen kannst, weil ich hab das nämlich beim Rubi Nader gemacht in der ersten Folge und der war völlig überrascht. Deswegen kündige ich das immer ein bisschen früher an. Achso, ja. Da hättest du ja keine Sorgen machen müssen. Äh, ich bin's gewohnt, spontan zu sein. Das ist schön. Das muss spontan sein. Aber ich möchte nicht nochmal diesen Fall haben, wie, ich muss jetzt die Folge schließen, was soll das? So. Aber ich hab jetzt noch eine einzige Frage, die mir unter den Fingernägeln brennt, die ich dir gerne stellen würde. Chris, wie sieht denn deine Zukunft aus? Im Simracing, als Kommentator, wo willst du noch hin, was willst du noch erreichen? Hast du eine Bucketlist? Nee, eine Bucketlist hab ich zwar nicht, aber ich möchte daran arbeiten, dass das noch ein größeres Publikum bekommt, das ganze Simracing, dass das auch, wie gesagt, ein bisschen ernster genommen wird, auch für Leute, die vielleicht nicht so viel mit zu tun haben, dass man die Qualität, wir haben heute drüber gesprochen, ja, von den ganzen Übertragungen noch besser hinbekommt, noch mehr, ja, Verbindung zum Zuschauer hat oder Zuschauer zu den Leuten, die da fahren, zu den Teams vielleicht. Das, würde ich sagen, dass es Fanclubs gibt, wäre natürlich auch super, wenn sich sowas entwickelt, so eine kleine Fankultur, vielleicht auch, wäre auf jeden Fall, was Simracing angeht, mein Wunsch und, ja, vielleicht sogar, wenn es die Möglichkeit gibt, auch mal realen Motorsport kommentieren, würde mich auch mal sehr interessieren, weil das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte ist, weil Simracing hast du halt Software, die bietet dir alles, an Daten, an Fakten, du kannst überall hin, es ist logistisch, wie wir ja schon besprochen haben, deutlich einfacher, aber realen Motorsport ist, glaube ich, komplizierter, würde mich mal interessieren, wie es da ist, gucken, was sich da vielleicht nochmal irgendwann ergibt, das wäre auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant, ja, aber Simracing, ja, Qualität und Interesse an diesem ganzen Sport noch weiter erhöhen, letzten Jahre ist es ja ein bisschen angestiegen, durch Corona natürlich auch, aber da, ja, anknüpfen, weitermachen, weil ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial da. Okay. Ja. Keine Bucketlist, wirklich nicht? Nee. Ich hätte jetzt erwartet, sowas wie, ich will mal Daytona24 kommentieren oder Le Mans, so die großen, weißt du, weil die Fahrer haben immer, also die Fahrer sagen sich ja immer, okay, ich muss die großen 24 haben mitnehmen. Wo habe ich schon mal kommentiert? Bitte? Le Mans habe ich im Simracing schon kommentiert. Wirklich? Wo denn? Ja. Da haben wir ein 4-Stunden-Rennen in R-Faktor 2, glaube ich, war es. Das zählt nicht, 24er. 24. Na, ich meine die großen. Ja, warum nicht? Ich meine, 24 Nordschleife haben wir innerhalb von zwei Wochen zweimal gehabt. Das war ja kein Ding. Boah, da hast du doch bestimmt auch keinen Bock mehr gehabt, oder? Ach, es ging. Wir waren genug Leute, dass man da nicht allzu viel alleine machen musste, aber ja, als die Nordschleife kam, war eh klar, das werden ganz viele erstmal fahren. Du wirst auch viel kommentieren wahrscheinlich, wie gesagt, werden die 2,24er und so weiter. Aber Nordschleife macht schon was, auch zu kommentieren, muss ich sagen. Aber es ist auch schön, wenn man wieder andere Strecken hat. Wir haben genug Strecken, die ich ganz oft sehe, ganz viele Strecken, die ich nie sehe beim Kommentieren. Also da kann man auch schon weitermachen wieder von daher. Ja, würde ich mir auch wünschen, dass wir noch andere Sims haben, die wir auf das Level bekommen, dass man das auch wunderbar präsentieren kann. Ja, fängt schon an Broadcasting-Software an, wie gesagt, aber auch am Interesse an den Events, die stattfinden müssen, um das zu präsentieren. Und ja, AC Faktor 2 hatten wir ja auch schon, da haben wir auch ein bisschen mal gecastet. Also da wäre auch noch ganz viel Potenzial wahrscheinlich, was man da zeigen könnte. Ich glaube, wird nicht langweilig werden die nächsten Jahre. Nee. Was ist denn so eine Strecke, die so selten da ist, die du gerne mehr hättest beim Cast? Gern mehr hätte. Die Saison hatten wir letztens tatsächlich mal wieder, aber die sieht man auch sehr selten. Ja. Die mag ich persönlich sehr gerne. Ansonsten, ich weiß nicht, ACC haben wir ja auch nicht so viele Strecken, muss man ja auch dazu sagen. 22 in der Zahl. 22 sogar nur? Ja. Ich dachte, sogar noch mehr. Ich habe, witzigerweise habe ich gestern gerade ein Skript für ein Video geschrieben und habe nachgezählt, es sind 22 nach meinem Wissensstand jetzt. Ach, deinem Wissensstand, okay. Ja, mein Wissensstand ist, ich habe das durchgeklickt und geguckt. Ja, sehr gut. Nee, aber klar, so Daytona habe ich, glaube ich, auch noch nie kommentiert. Das wäre auch nochmal interessant, aber da muss man aus ACC rausgehen wahrscheinlich. Nesca vielleicht auch noch? Viele Strecken sind Nesca. Nesca oder Indica oder sowas? Ich verstehe zu wenig von dem Sport. Also ich gucke hin und wieder auch bei dir mal rein. Seitdem verstehe ich es auch ein bisschen mehr. Ich finde es auch, glaube, wenn man selbst fährt, ist es besonders spannend. So schauen wüsste ich. Ich weiß gar nicht, wie man es kommentiert, weil es ist ja nicht so ein klassisches, man bremst sich ran, bremst sich daneben, geht vorbei, too wide durch die Kurve und so. Sondern die fahren ja auch viel sehr taktisch, sage ich mal, hintereinander. Das natürlich auch, je nachdem, mehr oder weniger Full Course Yellow. Oder nennt man das so? Ja, ja. Also wäre auch mal interessant, da gibt es auch andere Disziplinen wie Rallycross zum Beispiel, fände ich auch sehr interessant. Oh ja! Gibt es einen Automobilista 2 übrigens. Das, glaube ich, wäre nochmal richtig interessant, weil das auch sehr kompakt ist. Du hast, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Autos sind es ja, glaube ich, immer, die dann da fünf, sechs Runden fahren. Im K.O.-System ist es ja auch oft. Also ich glaube, da wäre auch nochmal richtig was Interessantes. Das könnte ich mir auch nochmal sehr gut vorstellen. Weil jetzt ein ganzes Leben lang, wird eh nicht passieren. Wird es nicht ACC sein, auch das wird irgendwann mal outgedated sein. Das ist ganz natürlich. Aber klar, andere Disziplinen, sage ich mal, wären da schon auch nochmal interessant. Nicht nur andere Sim, sondern auch andere Renn-Disziplinen. Weil, ja, wäre ein bisschen so Allrounder-mäßig natürlich ganz gut. Weil ich sehr, sehr auf ACC und so konzentriert bin. Da kenne ich mich auch aus. Wenn ich jetzt iRacing kommentieren würde, ich kenne nicht alle Eigenheiten von iRacing wahrscheinlich. Bin da zehn Rennen oder so mein Leben gefahren. Muss man ja auch ein bisschen reinfuchsen. Aber ja, das wäre für die Zukunft auch nochmal sicherlich ein Punkt. Chris, ich habe eine Idee. Ja. Du hast mich ja an ACC, in GT3 an die Hand genommen. Wie wäre es denn, wenn ich dich an der Hand nehme, in iRacing, in Nesca? Und wir veranstalten ein Community-Rennen und wir beide kommentieren das. Ja, gerne. Warum nicht? Man muss immer sich weiterentwickeln und über den Rand hinausschauen. Das wird man nicht schlauer, ne? Das Gute an der ganzen Sache. Ich arbeite gerade mit zwei, drei Content-Creatoren an einem Video, Was ist Nesca? Und das wird sozusagen eine kleine Erklärung und holt halt die Menschen mal ab, was das ist. Und wenn das raus ist, dann machen wir so einen Renn-Criss und dann kommentieren wir das zusammen. Ja, sehr gerne. Das klingt interessant. Das sehe ich für uns. Mal schön auf den Nachmittag, dann können wir beide auch mal wieder was zusammen machen. Ja, finde ich gut. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Ich auch, weil da sitze ich da wie der letzte Noob, der keine Ahnung von nix hat, wahrscheinlich. Siehst du, und dann ist das nämlich genau, dann hast du meine Aufgabe, die ich bei der VEM hatte. Ja, richtig. Dann bist du quasi der rasende Reporter sozusagen. Weil vom Cast habe ich ja auch nicht wirklich sehr viel Ahnung. Also, was heißt, erzählen geht, aber nicht so wie du auf dem Level, logischerweise. Ja, gut. Wenn man es nicht macht, wo soll es herkommen? Das ist logisch. So wie ich mich nicht mit allen Autos im Detail auskenne. Ich weiß zwar die groben Charakteristiken vielleicht, aber bei wem jetzt, bei welcher Setup-Einstellung richtig ist, welche TC am besten ist, wer jetzt über welchen Curb gut fahren kann, das weiß ich jetzt auch nicht bei jedem Auto, muss ich sagen. Muss ich auch nicht unbedingt wissen. Ja. Das weiß der Chat ja meistens eh noch besser, von daher. Mir ist gerade noch eine schöne Frage in den Sinn gekommen. Die würde ich jetzt, denke ich, das wäre meine persönliche letzte Frage. Hast du einen Lieblingskommentator im realen Leben? Boah. Oder generell, sagen wir mal, nee, einfach von überall. Hast du einen Lieblingskommentator? Ähm, wie heißt der denn? Der Burkhardt, der immer Karriera Cup gemacht hat, den finde ich ganz gut. Aber ansonsten, ich gucke gar nicht so viel echten Motorsport, muss ich gestehen. Von daher habe ich tatsächlich keinen, wo ich jetzt sage, der ist richtig, richtig krass oder so, weil, keine Ahnung. Nee, habe ich nicht. Ich bin, ich weiß nicht, allgemein, du merkst es schon, ich habe selten irgendwie, bin ich von irgendwas riesen, riesen Fan. Ich weiß nicht. Ich nehme das immer alles wahr, aber ich habe nichts, wo ich so komplett reingehe. Inzwischen, muss man sagen. Früher war ich HSV-Fan, reden wir nicht drüber. Aber ich weiß nicht, inzwischen gehöre keiner Fankultur irgendwie an. Ich höre auch keine Musik ausschließlich, ich höre auch alles Mögliche. Bin irgendwie so überall und nirgendwo gefühlt. Du bist ein richtiger Kommentator, komplett neutral. Ja, selbst im echten Leben. Ich laufe den ganzen Tag rum und kommentiere mein Leben oder von anderen. Stell dir das mal vor. Du knatterst die ganze Zeit Sprachmemos ins Handy und kommentierst dein eigenes Leben. Um Gottes Willen, nein. Nee, im echten Leben, da rede ich tatsächlich gar nicht so viel. Das mag man immer gar nicht glauben, dass die Leute, die so im jetzt, weiß ich nicht, Content Creator, Kommentatoren etc. pp., dass die dann gar nicht so viel quatschen. Und dann sitzt du vor denen und denkst dir so, was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum sagst du nichts? Ja, das ist tatsächlich so. Aber man kann mit mir reden, so ist es nicht. Aber ich bin wie ein Wasserfall im echten Leben, wie es beim Kommentieren ist, weil es ist eine andere Situation, wie man sich denken kann. Und das ist auch ganz gut so, weil ich finde Leute, die mich den ganzen Tag voll quatschen, auch anstrengend. Daher mache ich das selber auch nicht. Außer bei Rennen. Da quatscht du natürlich auch. Außer bei Rennen. Ja, natürlich. Aber da quatscht mich ja keiner voll, da quatsche ich ja voll. Das stimmt, ja. Aber da bist du genau der, den du eigentlich nicht magst, der dich voll quatscht. Ja gut, aber wie gesagt, in der Situation ist es ja auch gewollt. Ja, eher, ja. Wenn ich irgendwo neben einem stehe und der mich ungefragt voll quatscht, dann ist das ja was anderes. Ja, das stimmt schon. Da kann man einfach gehen dann. Im optimalen Fall schon, ja. Ja, da dreht man sich einfach rum und geht. Um kurz die Frage aufzufüllen, bei mir ist Eddie Mielke im deutschsprachigen Raum. Der ist mir sehr sympathisch, kommentiert DTM und 24er auch. Und im Englischsprachigen, ich weiß leider die Namen nicht, die die 12 Stunden Bathurst jedes Jahr kommentieren. Die sind einfach so fetzig, die mag ich richtig gerne. Die sind fantastisch. Ja, ist auch immer persönliche Präferenz. Ja. Es gibt Leute, die mich ganz, ganz toll finden. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, so, andere finden wieder jemand anderen besser. Du wirst es nie allen recht machen können. Das ist auch Geschmackssache. Welche Art von Mensch, Art von Kommentar man so mag. Manche mögen das furztrocken, kommentieren. Manche mögen es, wenn da ständig Witze gemacht werden. Andere mögen es, wenn er von seinem letzten Urlaub erzählt oder was weiß ich. Also, da muss ich jetzt kurz in die Kommentare reinfragen. Gibt es Menschen, die Chris nicht mögen? Das werden sie nicht reinschreiben. Ich habe noch nie eine Nachricht bekommen, wo stand, du bist kacke. Echt nicht? Nee. Also, bei mir funktioniert das ganz gut. Okay. Ja. Hast du jetzt was richtiger als ich? Ich weiß es nicht. Nein, also, man kann das ja sagen, dass man jemanden, also, die Art der Kommentar, also, wie man das kommentiert, nicht mag. Das ist ja okay. Das stimmt. Man kann ihn ja trotzdem aber als Mensch mögen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, du bist jetzt ein Arschloch, bloß weil du nicht nach dem Stil kommentierst, den ich jetzt präferiere. Stimmt. Nee, aber ich bekomme allgemein jetzt, positiv, aber ich kann auch nicht jeden Tag irgendwie Nachrichten wegen kommentieren, also, ich habe keine Ahnung. Du bist noch nicht so ein Rockstar. Noch nicht so ein Rockstar. Das muss ja auch nicht sein. Ach, Mensch, Chris, das kommt doch. Lass das mal noch ein bisschen quackern und dann bist du mit Andi zusammen, ihr seid dann die Rockstars, weißt du, wo dann... Die Rockstars. Ja, kennt man ja, der Kommentar für uns sind immer die Rockstars. Die Spotlight dressieren da keine auf der Strecke. Ohne Scheiß, also Nesca, da gehen die richtig ab auf die Kommentatoren. Im positiven oder negativen Sinne? Ja, absolut crazy, Alter. Das ist da drüben, das ist total Banane, da werden halt auch Teamchefs und so, also ne, deswegen sage ich ja, die Leute denken immer so, ach nee, ich bin nur im Hintergrund, ach scheiß, na was, warum denn nicht? Ich glaube, das ist auch so kulturell bedingt. In Deutschland, Europa oder Deutschland vor allem, muss man eher ein bisschen zurückhaltender und sachlicher als in Amerika, da ist man immer gleich alles krass, auch die Übertragung da, das ist immer mit Musik und mit Action und so, da ist man ja viel, viel mehr drumherum, habe ich den Eindruck. Daran liegt es wahrscheinlich auch ein bisschen, ja. Ja, wir machen jetzt einfach riesig Tamtam um dich, Chris, so nächstes Mal, nächstes Mal, wenn du streamst, dann geht es richtig ab. Dann geht es richtig ab, mit Pompoms und alles und da wird alles gegeben. Ich bringe meine Freunde mit. Ja, ich mache schon mal drei Plätze frei, dann für die kein Problem. Das freut mich. Ich habe jetzt nichts mehr auf der Seele, Chris. Hast du nicht? Nee. die Zeit ging so schnell rum. Ey, wir sind halt tatsächlich eine Stunde und 15 Minuten haben wir jetzt durchgeknallt. Plus Vorgespräch. Ja, plus Vorgespräch. Ja. Ich habe mich gerade jetzt richtig eingelebt hier. Mann, Mann, Mann. Aber das ist ja kein Problem, wir können ja immer noch eine zweite Folge machen, Chris. Ja, warum nicht? Wir können immer noch eine zweite Folge machen. Vielleicht machen wir auch einfach unsere Podcast-Folge beim Kommentieren des Rennens. Ja, zwei Klappen mit einer, nee, wie heißt das, zwei Fliegen mit einer Klappe. das ist alles möglich, Chris. Man kann viele tolle Dinge machen. Das stimmt, man muss nur wollen. Richtig, man muss das nur wollen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist überall so. Und das mit dieser ruhigen Kommentatorenstimme so rausgedrückt, am Ende, ihr da draußen. Ja, ich sollte Bücher vorlesen oder sowas, keine Ahnung. Ja, oder sowas ganz anderes. Ich glaube, das ist schwierig. Ja, keine Ahnung. Ihr da draußen, wo ein Wille ist, ist auch ein Kommentar, wie Chris das so schön sagen würde, wenn er das sagen würde. Das heißt, schreibt doch zu dieser Folge mal einen Kommentar. Gebt doch Chris einfach mal Feedback. Also auch ehrliches. Wenn ihr Chris kennt, gebt Chris mal ehrliches, vernünftiges Feedback. Ihr wisst doch, wie das läuft. Fangt mit was Gutem an, lobt das Positive und dann unterschwellig, falls was Negatives da ist, mal hinten ran im Nebensatz. Versucht das doch mal. Ich würde mich sehr freuen. Ja, man formuliert ja alles positiv heutzutage. Man hat keine Probleme, man hat Herausforderungen, man hat keine Schwächen, man hat nur weniger ausgeprägte Stärken. Das macht man ja heutzutage so, nicht? Nee, aber Kritik funktioniert wirklich so besser. Ja. Weil derjenige, der Kritikempfänger ist, der ist dann nicht so verschlossen. Aber was wäre jetzt, wenn ich dir sagen würde, oh nee Chris, du bist immer so monoton und so langweilig. Ich könnte ja sagen, also es wäre ja viel schöner, Chris, ich finde es total schön, dass du deine Stimme so weit kontrollierst, dass du nicht rumschreist und dass du Höhen und Tiefen drin hast und das nicht monoton ist. Aber wäre es eventuell möglich und dann kannst du das ja mit anbringen. Das klingt doch viel geiler, als zu sagen, bäh, bäh. Ja, das stimmt wohl. Was ist das Internet? Da sind Leute nicht immer so eloquent unterwegs. Muss ja nicht. Aber ich habe letztens gerade ein Buch darüber gelesen und das klang wirklich so einleuchtend, dass ich mir das auch abgewöhnt habe mittlerweile. Lieber was Positives zu sagen und dann versuchen im Nebensatz, das nochmal anzumerken. Das bringt halt mehr. Absolut. Ja, muss den anderen nicht das Gefühl geben, dass er nichts kann, sondern sagen, kannst du was, aber da geht vielleicht auch nochmal was. Da geht noch ein bisschen mehr. Du könntest mehr machen. Genau, das klingt doch viel cooler. Da gebe ich dir ja recht. Da haben wir heute nochmal was gelernt gegen Ende, würde ich sagen. Das ist doch schön. Aber was fürs Leben. Fürs Leben ist halt wirklich so, ja. Und das würde ich gerne in den Kommentaren sehen, weil Chris kriegt scheinbar nicht so häufig Nachrichten und ich weiß, dass dieser Podcast sehr viel geguckt wird und ich denke auch, dass einige von euch da draußen Chris kennen. Gebt doch Chris mal so ein Feedback, der würde sich bestimmt auch freuen. Absolut. Also wie gesagt, ich kann nur selber von mir sagen, was ich gut oder schlecht finde von mir aus, aber es muss ja nicht heißen, dass das beim Zuschauer auch so ist. Ist so. Und dann würde ich jetzt nämlich mich hier verabschieden und mich bei dir bedanken, Chris, für deine Zeit, die du heute aufgebracht hast, für diese wunderschöne Folge. Es war total schön, sich mal mit dir zu unterhalten, nicht 30 Minuten vor dem Podcast, währenddessen man sich einen Kaffee reinleiert, nee, vor dem Cast sich einen Kaffee reinleiert und dann einfach vier Stunden auf 180 ist. Das war sehr schön und ich würde mich sehr freuen, wenn wir wirklich noch eine zweite Folge machen und uns nochmal so ein bisschen gegenüberstehen und beschnüffeln. Ein weiteres Mal. Ja, sehr gerne. Ja, ich fand es auch sehr angenehm. Das ist auch mal was anderes für mich. Auch mal ungewohnt einfach so privater, sage ich mal, zu reden. Mach ich jetzt auch nicht so oft vor der Kamera, aber ja, war sehr schön. Können wir sehr, sehr gerne wieder machen. Dann darfst du die Folge sehr gerne, wenn du möchtest, Chris, abschließen. Du hast, wenn du jetzt noch das Bedürfnis hast, 30 Minuten Monolog zu führen, das stage is yours. So lange wollen wir es nicht halten, nee. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, die sie hat mich sehr gefreut, wie ich gerade sagte. Sehr, sehr schönes Gespräch. Können wir gerne nochmal machen. Und ansonsten, ja, wünsche ich allen viel Spaß im Simracing, beim Fahren, beim Zuschauen. Nimm nicht mal alles zu ernst, auch wenn es auf der Schreck immer ein bisschen frustrierend sein kann. Am Ende des Tages, ja, hat es für uns aber keine Auswirkungen aufs Leben, sage ich immer. Also auch mal ein bisschen entspannt an die Sache angehen. Und dann, ja, wird das eine gute Sache in der Zukunft für uns alle, denke ich. Und ja, Chris natürlich wie immer, so wie fast alle, seine eigenen Sachen nicht promotet. Chat findet ihr den Link zu Chris, seinem Twitch-Channel, weil das ist das Einzige, was er noch hat, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr Chris natürlich auch auf dem Low Fuel Motorsports-Kanal auf Twitch. den werden wir euch natürlich auch noch verlinken, weil, Entschuldigung, dass ich jetzt das nicht beende, aber wenn Leute das immer nicht machen, mache ich das, weil ich das traurig finde, dass sie ihren eigenen Scheiß nicht bewerben. Also bewirb deinen eigenen Scheiß das nächste Mal, wer auch immer der nächste Gast ist. Aber jetzt musst du wirklich Schluss machen, Chris. Tschüss. 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 Tschüss.